moin und herzlich willkommen auf meinem kanal zur nächsten folge von anno 1800 und heute werden wir unter anderem den eisernen turm veröffentlichen bzw fertigstellen und wir werden eine chemie fabrik errichten bzw 22 oben in der ecke wo ist es bei touristen und werden schon mal schauen dass wir dort schon mal limonade nicht limonade story shampoo herstellen weil wir das auch brauchen als normales grundbedürfnis quasi der touristen machen was einmal nach man was hier einmal erst mal so shampoo und gucken wie das alles funktioniert so wir haben jetzt hier zimt und kokosöl brauchen wir für diese seife und dann rauskriegen wieder ein shampoo er macht es in der fabrik hier ich habe die externe seite gestellt aufgrund dessen wir können keine handelskammer drum bauen denn die ganzen neuen gebäude haben keine items dementsprechend bringen uns die handelskammern hier nichts zumindest wüsste ich es nicht dass die uns was bringen und eine sache habe ich noch gesehen und zwar wir brauchen mehr konfitüre wenn ich mich recht erinnere ja genau das heißt wir müssen einmal hier bisschen die konfitüre überarbeiten und erneuern und vergrößern 1 2 das war blöd 1 2 dann eine rechts in der ecke hier so 3 4 5 was mich ein bisschen ärgert ich habe die folge schon mal aufgenommen musste dann einmal abbrechen weil ich da vom pc ein problem hatte deswegen ich kenne einen teil von der eröffnung schon leider aber alles auch noch nicht mal gucken wir gleich mal wie das weiter ging so fand ich auch ein bisschen blöd aber ich kann es leider nicht ändern und da gucken wir mal wie es was danach noch kommt auf jeden fall fand ich es sehr schick und dann springen wir rüber in die neue welt denn wir brauchen jetzt was war das zimt und kokosöl glaube ich sind und kokosöl ja ok neue welt warum sind wir hier bei ihr also auf jeden fall die habe ich mal angeguckt die werden wir bald ihr klauen was heißt bald also das unterfangen dauert generell sehr lange da bitte irgendwann die ganzen inseln die haben dann müssen wir doch ich krieg erklären und flotte aufbauen ich glaube es einfach wirklich also werden jetzt mal karl die eine insel klauen auf der alten welt aber ist nie ganz so einfach wir werden die baumschulen der neuen welt hier errichten machen wir erst mal sechs stück dreimal sind dreimal kokosöl hier ist ein stück fällt was weg muss und welcher ist das und der nach vor sich greife das war schon okay kurz drei stück hier ist ein bisschen blöd gewesen so und da noch eine hin und fehlt uns ziegel dann komm mal her die ziegel nicht ziele dann rast mal hier hin stelle gerade so derweil auch schnell wie wir eben gerade die verbindungen hier schaffen so so und hier oben lang müsste ungefähr genau ja da ist fertig schon wir gucken das gleich mal an 12 wir wissen ja auch glaube ich machen wir es so was uns stören weil ich diesen bereich zu sehr und dann müsste es passen dann gehen wir jeden machen dreimal kokosöl ich habe keine ahnung ob die ob die im verhältnisse stimmen und das hinhaut wir werden es einfach mal testen und gucken wie wir damit fahren nur weil wir es mal vergrößern ich meine so viele touristen haben wir jetzt auch nicht also dementsprechend gehe ich mal davon aus oder falsch mit überall kokosöl gemacht so da muss man hingehen immer muss man gucken ob es hinhaut aber das kriegen wir schon hin so ziegel so und zimt gucken wir nachher mal rüber kokosöl 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 zimt 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 ok dann gleich eine route natürlich handelsroute von hier nach so und dann nehmen wir mit landwirtschaftliche geschichten neue welt wo ist es zimt dreimal machen war den kahn komplett voll damit und da 1 2 3 1 2 3 4 5 6 kommt schon so ok und wir lassen den captain nöttinger hinfahren drachensteinversorgung annehmen gut wir haben das also geregelt müssen wir mal gucken wie es läuft wie gesagt ich habe keine ahnung ob das reicht das habe ich noch nicht gesehen müssen wir wie gesagt ein bisschen beobachten und dann schauen wir mal wir gehen jetzt dran und werden den was ist denn hier los ich glaube doch eigentlich naja es kann sein dass das ankommen muss ich habe eben so ein bisschen erhöhe größe vergrößern müssen weil hier öl fehlte ja es fehlt immer noch und habe deswegen vergrößern müssen damit die prestigepunkte bekommen damit ich neue öltanker bauen konnte weil wir haben in der alten welt noch öl rumliegen beziehungsweise in der neuen welt aber hatten die tanker nicht um die abzuholen aber das abzuholen von daher hier ein bisserl bisserl ausgebaut aber nichts wildes hier dieser kleine block so ok dann gehen wir mal ran wir vollenden das gute stück was übrigens also meines erachtens nach super aussieht muss ich wirklich sagen ich habe es eben schon mal gesehen es sieht sehr 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 schick aus auch generell diese ganze party hier quasi diese veröffentlichung ok sie könnte die klappe halten aber man kriegt nicht alles was man will gott dass die redet ne ganz schlimm ganz schlimm so warten sie auf die ankunft der königin ach jo stimmt da ist es also mal ohne spaß ich meine das luftschiff sieht super cool aus also außer die krone das wäre jetzt nicht so meins aber von fabia sieht das gut aus aber generell dieses luftschiff ich glaube man kriegt das in der arktis oder ich habe keine ahnung ich habe es noch nie gehabt wenn man das selber haben kann fände ich es mega cool man wird natürlich wahrscheinlich keinen transport damit tätigen können weil du kannst ja keine 150 tonnen da in einem luftschiff tragen aber wenn man irgendwie so ein item zumindest rüber tragen könnte 1 2 und das als lufttransporter nehmen könnte fände ich halt mega muss ich wirklich sagen also das luftschiff gefällt mir super von daher werden ja bald auch in arktis anfangen das werden wir jetzt in den nächsten 10 folgen werden wir das angehen und dann gucken wir uns die arktis an und da bin ich wirklich schon auch langsam gehypt drauf wir veröffentlichen und so was für eine schande was ist mit dir denn nicht richtig also er sieht wirklich gut aus ja und jetzt sieht man jetzt sieht man natürlich dass es nicht der Eiffelturm ist also jetzt erkennt man es auch auf jeden Fall okay das kannte ich nicht ich hab keine Ahnung ich kann kranzösisch so dann boah halt die gosch ey so wir werden jetzt die Zeremonie eröffnen und drücken drauf es sieht schon cool aus ne es sieht schon cool aus ne außer dass dass unser guter Turm äh der fake Eiffelturm schön in der Bauernabteilung ist also bisschen Beef Eater Style auch ne wie sie hier stehen bisschen Beef Eater Style fotografieren sie die Königin muss das sein sieht schon gut aus ne können wir nicht lieber die Luft oder sowas fotografieren wo ist er denn da unten ne so 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 da ist ja die doofe Kuh oder abschicken sensationeller Turm enthüllt ihrer Majestät besuchte heute höchstpersönlich in ich geh mal davon aus Drachensteine dann das Fest so oh jetzt hab ich irgendwie was verdrückt hoppala du brauchst nicht wegfahren bleib ruhig da stehen so Produktion angehalten was für eine Produktion naja warten sie das Ende okay ist noch nicht ganz fertig kann irgendwas produzieren anscheinend ich wüsste doch nicht was er produzieren soll wir haben was kreiert ach dieses dieses Tortenstückchen wahrscheinlich ne also das Bankett zum aufwärmen ein Aperitif vielleicht etwas fruchtiges ein großzügiger Schuss guten Alkohols macht immer Eindruck eins von diesen sprudelnden Gebräuen mit aristokratischem Namen falls sie also etwas haben ähm tropischer Daquiri haben wir haben wir den? also das Rezept wahrscheinlich das meinen die damit Dunkler Moscovita und Mont Montret denke ich mal 75er Jahrgang ähm okay die haben wir natürlich nicht Dunkler Moscovita freigeschaltet achso achso das ist die Vorbedingung ja gut also die Auswahl ist eng natürlich ne wenn wir jetzt eh nur eins auswählen können für den Hauptgang sollten sie alles vermeiden was aus dem Meer kommt ihre Majestät ist ausdrücklich mit dem Luftschiff angereist um diesen tristen und übelkeit erregenden Aspekt von Urlaubsreisen zu umschiffen das Gericht sollte zeitgemäß sein optisch begeistern und den Gaumen erfreuen eine farbenfrohe OD an das Reisen ähm gut wir haben zwei ähm sag mal schnell zwei Rezepte Fisch avec Pommes wäre Fisch drin sollen wir ja eh nicht machen ähm gut wir geben ihr vom Rezept her ich weiß nicht Talg ist das glaube ich wir geben ihr lieber Fleisch, Paprika, Mais also Gulasch a la Strog auf oder? keine Ahnung also das hört sich für also ich würde eher Gulasch essen als Herzogschnitzel von daher nehmen wir Gulasch und jetzt zum Finale auf das wir alle gewartet haben das Dessert wir haben eine Schwäche für gute patriotische patro papa patriotische Schichtspeisen natürlich Tobi ist es euch gelungen das Meisterwerk zu erschaffen das wir uns gewünscht haben wir haben uns täglich über den Fortgang informieren lassen sind wie damals als kleines Mädchen auf unserem Himmelbett herum gehüpft und haben versucht uns den Geschmack vorzustellen jetzt dürfen wir uns alle mal vorstellen wie sie wohl aussieht wenn die auf dem Bett rumspringt aber ne wir wollen es auch gar nicht wissen ähm das ist das Latour Triffle ich habe keine Ahnung wie es ausschmacht wird Dessert es schmeckt hoffentlich besser als es aussieht ähm ist meine Eure Majestät darf ich präsentieren Latour Triffle äh die haben es nicht geschafft das Rezept für das Latour Triffle Dessert mit der Touristenfreizeit fertigzustellen achso ok wenn wir es nicht geschafft hätten dann hätten wir das gemacht und da wir es geschafft haben dürfen wir das machen ah ok verstehe ok blau ist nicht gut also der Schnaps war bestimmt nicht gut weil wir da nur das Schlechteste hatten das Oberste ich denke mal dass das Oberste das Schlechteste war ich habe keine Ahnung ah was für ein Rest ach was nein das ist ein Restaurant ah ok jetzt ist der Bereich auch wesentlich kleiner geworden ah ok ja supi jetzt habe ich natürlich das so schön gebaut mehr oder weniger also ja für mich ist das in meinem Verhältnis ist das wunderschön wie ich das gebaut habe wer ihr meckert aber da ist natürlich jetzt nicht viel Bevölkerung drin ne was Baumwollstoff ok sie will Baumwollstoff hier haben 50 Tonnen ich glaube wir müssten ähm ich glaube wir müssten hier noch was rumliegen haben ähm das machen wir mal eben wie noch Schlachtkreuzer ich glaube wir müssen wirklich beide zum Krieg lippen du scheiße was der hier aus Langeweile durch die Gegend fahren lässt ne das wird was das wird was wirklich so Baumwollstoff das müssten wir eigentlich ja haben wir ganz wenig hier so müssen wir irgendwas mitnehmen wenn wir grad schon mal hier sind ne ne eigentlich gehts uns drüben ganz gut ne wir sind ja froh dass wir nicht mehr hier sind na Abmarsch äh Drachenstein so also wie gesagt das ist anscheinend jetzt ein Restaurant ok Rezeptbuch äh Brioche Royal Latour Triffle ich spreche das bestimmt jedes Mal falsch aus garantiert aber ich kann es nicht erinnern Madame Marmelade oder Marmelade keine Ahnung Elixier der Entdecker und Krustentier genau so was ist denn das Rum Brot Zucker und Weintrauben was bekommen wir dadurch oh Sekt weniger Konserven weniger und Kaffee weniger ok Kaffee ist auf jeden Fall wichtig alles was aus der neuen Welt kommt werden wir versuchen als Bonus rein zu bekommen ok hier ist auch Kaffee Schokolade sogar und Brot hier ist Sekt Kaffee und Schokolade das ist eigentlich fast das Beste ne 15% jeweils und hier ist es 20% alles in Besa ok das wird doch extra für ein Besa sein ähm ich denke mal das wär cool erforschen sie das Schicksal des verschollenen Kapitäns in die Passage ah ok wir müssen die Arktis machen damit wir das machen dürfen Gas ja ok wir haben eh kein was da muss Gas rein ok Paprika Rindfleisch Kartoffeln ach die ist mir egal was die wählt genau wir können momentan noch gar keins machen ne ne ok ein golden was ist denn das goldenes Brioche hm ok was ist das hier ich bin extra vergangs es bedarf einiger Experimentierfreude um ihn zu bestellen doch für diejenigen die ihn jetzt einmal probiert haben ist dieses exzentrische Farbenfug fruchtiges pure Nachtleben also das finde ich auch nicht schlecht aber es wird glaube ich auf das Latour Trüffel immer hinauslaufen 26 Kartoffeln ach Kartoffeln ja darf ich ja vorstellen das sind Kartoffeln Kaffee und Fleischkonserven 10 jeweils und was ist hier ja Brot interessiert es halt gar nicht Konserven ist halt nicht schlecht allerdings ist der Bereich hier auch einfach klein also das ist doch wirklich ja es ist genau der Bereich wir kriegen nichts mehr dann ist es natürlich nicht so geil muss ich ganz klar sagen äh Lagerhaus packen wir weg also der Waffe ist gut aber der Bereich ist halt sehr sehr klein aber gut wir dürfen uns auch nicht auf uns beschweren ne also das ist ja mal auf hohem Niveau wenn es generell sowas durch das Reisezeit DLC gibt dass man die Bedürfnisse der normalen Bevölkerung unterschrauben kann wie hier zum Beispiel auch ist halt schon mega cool haben wir hier eigentlich auch gerade neues Büro Dings bekommen ne haben wir nicht ok hier läuft auch alles ne haben wir hier eigentlich Ware auf Lager was sind das Mais Rindfleisch Paprika nur mal zu wissen was das man braucht äh ok ok Kartoffeln haben wir auch gehabt ja wir werden also rein theoretisch bald die nächsten setzen also so viel scheint das gar nicht zu verdatteln so viel scheint das gar nicht zu sein kann man im Prinzip bald schon mal Platz machen da kann man auf der ganzen Stadt hier oder in der ganzen Stadt auch die Restaurants verteilen ich denke mal das ist auch sinnvoll und dann kommt da jetzt auch noch die die Kaffee-Geschichte und so bald ach Gott können wir uns gerade einschleimen leicht erhöht wahrscheinlich ist gut jo ist immer gut so dann gucken wir gerade mal kurz einmal was das Kaffee bringt hä aber woher woher haben wir also warum bekommen wir jetzt einfach mal das Rezept super Rindfleisch Wurst Brot Goldbarren ich meine rein theoretisch 10% mehr Leute auch noch wäre es Blödsinn wenn wir das hier überhaupt machen momentan weil wir hier nur Bauern haben also es wäre kompletter Blödsinn von daher wir warten erstmal bis überhaupt hier ähm die Bevölkerung groß genug ist um das überhaupt lohnenswert zu machen so wir schauen gerade mal rein bei Rezepten bei den Kaffee Krapfen ok was ist hier so Eclair Schokolade Kaffee ist auch nicht schlecht also generell diese ganzen Effekte man kann ja sich irgendwie auf minus 40% bei Kaffee schon mal rein alles hochschrauben das ist ja super Schweineöhrchen also muss ich wirklich sagen gefällt mir sehr sehr gut diese ganze DLC machen wir das gerade mal weg und dann machen wir noch eben kurz die Bar die wir uns mal angucken Tobische Daikiri Bananen Zuckerrohr und Rum das wäre schon mal überhaupt kein Problem gut Rum ja gut wir haben natürlich auch kein Alkohol ne das wäre wieder interessant Sekt Schokolade auch sehr interessant wenn man Investoren hat hier genauso der Arktis Glock allerdings müssen wir da die Expedition wieder machen was gibt es hier noch im Besa ne das letzte Mal im Besa ok also im Besa Arktis das hier ist ach das ist mal Weltausstellung anscheinend das dritte ok die machen wir übrigens auch bald fertig so ist das Schiff übrigens da was ist denn eigentlich hier George Smith Statut für universelle Zusammenarbeit ach so ok gut dann mache ich hier kurz einmal einen Cut dann warten wir eben bis das Schiff da ist das ist nämlich gerade noch ein bisschen unterwegs anscheinend und dann sehen wir uns überhaupt wieder kleinen Moment so nochmal F3 drücken so jetzt gehts wieder gut gut also die Baumwolle ist da jetzt schauen wir mal ja natürlich muss sie hervorragend sein ah jetzt gibt es noch ein Dankeschön ok hier dann hau mal raus was enthüllt die Überraschung ja sehen sie den eisernen Turm aus hä ähm ja ist ganz super haust du jetzt ab endlich hier von der Insel ja das Schiff haut ab oder ne es ist immer noch hier aber jetzt mal ganz im Ernst hat sich da irgendwas verändert? ist das jetzt nur diese Fahne oder was? also diese Flaggen ok das ist jetzt das Geschenk oder was? ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen das muss ja anscheinend sein Gebäude Variante ah jetzt können wir es vergleichen ja ok also es sind die Falle ja ok dann finde ich es gut alles klar weil ohne sehe es doof aus muss man wirklich sagen hier auch diese Flaggen am Boden also generell so sieht das schon dort sehr nacktig aus ja ja finde ich auf jeden Fall wesentlich besser auch ist das die ganze Zeit dieses dieses Freudenfeuer ok bei dem nicht ne ne gut ok dann bin ich es in Ordnung dann bin ich zufrieden dann hat sie ausnahmweise mal was Gutes gemacht so alles klar gut sind die Sachen schon angekommen zufällig dass wir jetzt schon mal ne nicht ganz ne gut ist aber nicht schlimm werden wir in der nächsten Folge noch beobachten und da ja kein Thema ähm Route ist ja schon unterwegs natürlich wird ja warum sollte sie nicht immer unterwegs sein ähm gut ok das wird es für heute gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen ähm wie gesagt tut mir leid ich habe das das zum Teil schon vorher gesehen gehabt bis äh die Aufgaben kamen bis die zweite Aufgabe kam zu dem Turm ähm bis mit der PC da da bisschen abgeraucht bzw. abgeschmiert von daher musste ich da abbrechen aber gut ok ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen wenn ja würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr den Daumen nach oben hinterlassen und den Kanal kostenlos abonniert und in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag euch bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao